Rocky, du siehst prima aus. Danke. Dann los, so ist es gut. An die Beinhafe, denk. Hey, Rocky. Was ist? Gibst du uns bitte ein Autokausch? Raus mit euch! Ihr seid wohl wahnsinnig, uns bei der Arbeit zu stören. Schafft eure Hühnerärsche hier raus. Hör zu, Junge. Du gibst jetzt die Zooladendame auf. Wumsen macht die Beine schwach, verstehst du? Ich hab die Kleine echt gern, weißt du? Dann lass dich von ihr zernieren! Okay, die Fummelei hört jetzt auf. Vater, mach weiter. Bumsen macht die Beine schwach!